Warum uns beim Bitcoin in den nächsten Tagen eine große Preisbewegung bevorsteht, das Ganze wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam in diesem Video anschauen und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Timo, wir werden heute ausführlich den Bitcoin-Kurs auf dem Weekly, Daily und Hourly-Timeframe analysieren. Später sprechen wir nochmal ganz kurz über XRP und AVAX, hier habe ich auch eine News mitgebracht. Also erstmal zum Bitcoin auf dem Weekly-Timeframe, was sehen wir aktuell? Für mich erstmal ganz, ganz wichtig, diese bullische Weekly-Hammer-Candle. Natürlich haben wir einen relativ großen Abverkauf auf unter 65.000 US-Dollar in dieser Woche gesehen, die Bullen kamen aber sehr stark zurück in den Markt, haben das Ganze aufgekauft. Für mich wäre es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir einen Weekly-Candle-Close im Bereich der 69.000 bis 70.000 US-Dollar sehen und eben nicht nochmal bis heute Nacht stärker abverkauft werden, dass wir eventuell sogar nochmal einen Lower-Low-Close auf dem Weekly-Timeframe unter diesen beiden Weekly-Candles formen. Ganz, ganz wichtig, auch sollten wir natürlich die Weekly-Candle grün schließen, ist das nur um ein noch so bullischeres Signal. Erstmal eigentlich nicht schlecht, nachdem wir jetzt in der letzten Woche ein neues All-Time-High bzw. einen neuen All-Time-High-Close auf dem Weekly-Timeframe gesehen haben. Jetzt eben diese kleinere Korrektur, die natürlich auch nochmal hat die Funding-Fees sowie auch das Open-Interest abkühlen lassen. Auch gerade jetzt in der letzten Woche bzw. in den letzten drei Wochen sehr schön zu erkennen, dieses Rising-Free-Methods-Candlestick-Pattern. Für mich ist das auch nur ein weiteres Zeichen, dass wir jetzt, wie gesagt, gerade in der letzten Woche einiges an bullischem Momentum hatten, nachdem es hier zu diesem Breakout kam. Natürlich, das Candlestick-Pattern ist nicht ganz perfekt. Jetzt eben diese kleinere Korrektur bzw. diese kleinere Abkühlung des Marktes. Und jetzt kann es eigentlich, sollten auch die Bitcoin-Spot-ETF-Flows mithalten, in der nächsten Woche weitergehen. Jetzt einmal zum Daily-Time-Frame. Was sehen wir hier aktuell? Ganz, ganz wichtig für mich weiterhin dieses symmetrische Dreieck. Hier sehr schön zu erkennen, die untere grüne Support-Linie. Aber unsere eigentliche wichtige Linie ist weiterhin eben diese untere weiße Trend-Linie. Wir haben hier gestern einen sehr, sehr schönen grünen Tag gesehen erneut beim Bitcoin-Kurs. Wir wurden jetzt nicht nochmal stärker abverkauft. Interessant wird es natürlich, was passiert, wenn wir hier oben die Trend-Linie antesten, sehen wir ein direktes Breakout. Unser Pattern hat folgendes Breakout-Target. Einmal sollte es zu einem bullischen Breakout kommen, bis hoch 82.000, 84.000. Sollten wir nach unten hin aus diesem Pattern ausbrechen. Dann sogar nochmal unsere wichtige Support-Zone im Bereich der 52.000 US-Dollar. Zu diesem symmetrischen Dreieck. Nur damit ihr auch nochmal kurz das untere Level hört, so im Bereich der 62.700 Dollar, wo hier eben die untere Trend-Linie liegt. Was hier mit reinspielt, für mich auch noch weiterhin relevant, unser Fibonacci-Level, beziehungsweise unser Fibonacci-Retracement auf dem Daily-Time-Frame. Gestern, ganz, ganz wichtig, wir haben es wirklich geschafft, durch das 0618-Level durchzubrechen. Zwischenzeitlich sogar einige Wigs drüber. Jetzt retestet die aktuelle Day-Kerze dieses Level. Wir wollen auf jeden Fall einen Day-Kendle-Close über diesem Level. Und dann in den nächsten Tagen, beziehungsweise in der nächsten Woche mit einigem bullischen Momentum, auch hier durch diese letzte wichtige Zone des 0786-Levels durchbrechen. Das sind auf jeden Fall jetzt so die Bereiche, die ich in den nächsten Tagen im Auge behalten werde. Bedeutet gerade nach oben hin 70.700, sowie auch natürlich die obere Trend-Linie unseres symmetrischen Dreiecks. Gleichzeitig aber auch, sollten wir jetzt unter das 0618 da fallen, wieder das gleiche Spiel. Ich behalte den Bereich des 05er-Levels im Auge, 67.500 US-Dollar, vielleicht sogar auch die unteren Level. Jetzt einmal zum kleineren Time-Frame. Was sehen wir hier aktuell auf dem 4-Hourly-Time-Frame? Gestern sehr, sehr schönes Breakout aus diesem kleineren, ja, nicht ganz so schön perfekten, symmetrischen Dreieck. Aber trotzdem, hier hätten wir auch gleichzeitig ein mögliches Breakout-Target von 73.000 US-Dollar. Aber aktuell, ja, scheitern wir so ein bisschen, beziehungsweise haben wir ein bisschen sinkendes, bullisches Momentum. Wir konsolidieren gerade, liegt vielleicht auch mit dem Wochenende zusammen. Fehlendes Kapital, fehlendes Volumen, was jetzt den Markt boosten könnte. Gleichzeitig auch noch hier auf dem 4-Hourly-Time-Frame sehr interessant. Ein ähnliches Spiel wie auf dem Daily-Time-Frame mit dem großen Fibonacci-Retracement, was wir hier eben auf diese beiden Closes, beziehungsweise Kerzen auf dem Daily-Time-Frame gezogen haben. Wir haben es gestern durch das 0618-Level geschafft, sind jetzt aktuell dabei. Weiter zu pumpen und sollten jetzt eigentlich in den nächsten Stunden das nächste wichtige Level hinter uns lassen. Das sind jetzt auf jeden Fall die Preislevel, die ich in den nächsten Stunden im Auge behalten werde beim Bitcoin-Kurs. Jetzt wollen wir uns aber auch nochmal andere Währungen anschauen. Das haben wir jetzt als so eine Art neues Format auf dem Sonntag eingefügt. Wir reden über einige Altcoins, die wir euch auch in den letzten Wochen auf unserem Kanal vorgestellt haben. Heute geht es einmal um Ripple und Avax. Dazu haben wir auch große Videos, gerne da mal vorbeischauen. Zuerst einmal Ripple auf dem Weekly-Time-Frame. Was sehen wir hier aktuell? Weiterhin konstant intakt unser ganz großes symmetrisches Dreieck. Es könnte jetzt sein, nachdem wir jetzt in dieser Woche eine kleinere Korrektur beim XRP-Kurs sehen, dass wir eventuell nochmal dieses große symmetrische Dreieck nach unten hin antesten, bevor es dann wirklich, sobald natürlich auch Bitcoin und Ethereum vorliegen, zu einem Breakout kommt. Bedeutet aber für mich, ist es bei XRP zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, dass wir hier doch nochmal eine größere zweistellige Korrektur sehen. Eventuell sogar auch erst nochmal aus diesem größeren symmetrischen Dreieck nach unten hin raus wicken. Wie gesagt, aber gerade diese großen Pattern sind immer sehr, sehr schwierig bei Altcoins zu interpretieren, da Bitcoin hier einfach den Kurs angibt. Was sehen wir aber gleichzeitig auf dem kleineren Time-Frame? Hier für mich sehr, sehr relevant dieses Rising Broadening Wedge. Wir haben darüber auch schon in der Ripple-Analyse gesprochen. Vor allen Dingen hier die untere Trendlinie war sehr, sehr wichtig. Dort sind wir jetzt nach unten hin durchgetestet. Nachdem wir es nicht im März geschafft haben, durch diese große Widerstandszone, durch diese gelbe Zone hier durchzubrechen, bedeutet für mich weiterhin jetzt erstmal Ausbruch aus diesem Rising Broadening Wedge. Wir könnten auf jeden Fall einiges an Downside lehnen. Das deckt sich auch mit der Analyse auf dem Weekly-Time-Frame. Jetzt noch eine ganz, ganz schnelle News zu XRP. XRP-Ripple launcht jetzt einen eigenen Stablecoin. Gar nicht weiter wichtig. Was können wir dazu sagen? USD. Natürlich, das Ganze wird als ein Stablecoin im Dollar stattfinden. Auch noch gleichzeitig wichtig, das Ganze ist 1 zu 1 mit Fiat-Reserven sowie Staatsanleihen gedeckt. Bedeutet, wir haben hier einen Backed Stablecoin sowie USDC oder USDT. Und das Ganze soll auf der XRP-Blockchain sowie auf Ethereum stattfinden. Ich denke nicht, dass das Ganze jetzt einen größeren Einfluss unbedingt auf XRP haben wird. Wir können aber sagen, gerade Ripple als Unternehmen, Ripple Labs, baut weiter seine Stellung im Cryptospace aus. Gewinnt natürlich damit auch an Macht, aber bereitet sich natürlich auch darauf vor, sollte es eben noch zu weiteren Rückschlägen im laufenden Rechtsstreit gegen die SEC kommen. Und hat damit so eine Art weiteres Standbein. So, das sind jetzt aktuell, sag ich mal, so die Themen, die jetzt besonders interessant sind. Und news-technisch, jetzt wollen wir uns doch nochmal ganz kurz AVAX anschauen. Hier haben wir auch in den letzten Wochen bereits zwei Videos zu hoch geladen. Wir starten einmal wie gewohnt auf dem Weekly Time Frame. Hier aktuell besonders relevant die horizontalen Supports. Wir haben es ja wie gesagt geschafft, in dieser Woche des 11. März mit wirklich einer unglaublichen, bullischen Kerze 38% über die wichtigen 53 US-Dollar bei AVAX zu pumpen. Die haben wir dann auch knapp drei Wochen gehalten. Aktuell mit der jetzigen Wochenkerze sind wir aber unter dieses wichtige Level gefallen. Das waren hier immer die Preislevel vom AVAX ICO, beziehungsweise damals vom Launch, wo wir eben bisher nicht drunter gedippt sind. Jetzt dieser Dip drunter. Was bedeutet das aber jetzt für uns? Wir schauen es uns einmal auf dem Daily Time Frame an. Wir hatten jetzt hier dieses größere, aufsteigende, symmetrische Dreieck mit einem wirklich unglaublich bullischen Kursziel. Ich habe auch immer gesagt, wenn dieses Kursziel wirklich erreicht wird, muss vorher erstmal Bitcoin immens pumpen. Das haben wir nicht gesehen. Jetzt wie gesagt dieser kleinere Abverkauf. Wir sind auch aktuell unter dieser aufsteigenden Trendlinie, beziehungsweise unter diesem aufsteigenden Support. Das ist erstmal ein schlechtes Zeichen. Sollten wir jetzt größere Korrekturen bei den anderen Coins sehen, dann könnte es auf jeden Fall auch nochmal sein, aus meiner Sicht, dass wir mit AVAX die 38 Dollar antesten. Bedeutet, dass wir hier auch nochmal einiges an Downside sehen. Knappe 20 bis 30 Prozent, je nachdem vielleicht sogar die 32 Dollar. Sollten wir jetzt natürlich wieder einiges an Bullish Momentum haben. Das Ganze zeigt sich auch gerade jetzt auf dem 4-Hourly Time Frame. Wir sehen hier aktuell, wir haben, wenn wir das einmal einzeichnen, hier so ein bisschen so ein kleines Falling, Broadening Wedge, wo wir jetzt eben nach oben hin ausgebrochen sind. Dann kann es natürlich auch gut sein, dass wir es eventuell schaffen, wenn Bitcoin auch unter anderem vorlegt, hier nochmal die 53 US-Dollar zurückzuerobern und dann eben nicht nochmal diese Downside sehen. Das war es jetzt soweit zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ganz mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns die Tage wieder zu weiteren Videos. Ciao.